Es gibt nicht den Sinn des Lebens. Okay, ja, und der Sinn des Lebens ist auch keine Zahl. Vielleicht mal, hast du mal die Frage, also es gibt viele Menschen, die suchen ja nach dem Sinn des Lebens oder nach ihrem Sinn. Was ist der Sinn von allem? Warum bin ich da? Was ist mein spezifischer Sinn? Aber jetzt hast du mal drüber nachgedacht, was denn Sinn überhaupt ist? Ganz gerne mal sagen, ja, Sinn ist so ein Kohärenzgefühl, dass man sich irgendwo wohlfühlt und sowas genau passend, die irgendwo dazugehört. Ja, genau. Das heißt, Sinn ist immer vom Kontext abhängig. Es braucht einen Kontext, sonst kann es keinen Sinn geben. So, und damit ist eigentlich schon die Frage beantwortet. Das kommt auf den Kontext drauf an. Und wenn es auf den Kontext drauf ankommt und wie du zum Beispiel mit deinem Leben in einem bestimmten Kontext bist, dann ist das sehr variabel, was dein Sinn ist. Sprich, am Ende gibt es nicht den Sinn, sondern es gibt viele Sinne. Vielleicht hat alles, alles ergibt einfach Sinn. Weil alles irgendwie in einem Kontext mit allem ist. Je nachdem, wie man das betrachtet, aus welcher Perspektive. Aber es gibt nicht den einen Sinn. Und den Sinn, den du hast, der ist auch kontextabhängig. Das heißt, je nachdem, von wo man das betrachtet. Oder wenn du jetzt denkst, ja, aber es muss doch einen einzigen Sinn geben, warum ich hier bin. Dann, ja, entweder du suchst dir dann selber aus, weil du dir überlegst, in welchem Kontext du diese Frage beantwortest. Oder jetzt stell dir mal vor, wir sind hier bei spirituellen Gedanken, bei Erinnern und Erwachen. Stell dir einfach mal vor, du bist komplett der Schöpfer deines Lebens. Der Schöpfer dieser Erfahrung, die du jetzt gerade machst. Und damit meine ich nicht nur dein Körper-Ich, dein Ego-Ich, was jetzt dieses Video anguckt und das verarbeitet und überlegt, was es ist. Sondern die Ganzheit deiner, deine Seele, dein multidimensionales Ich sozusagen. Wovon vieles vielleicht dir jetzt gerade nicht zugänglich bewusst ist. Aber jetzt stell dir vor, du bist viel, viel, viel mehr als der, der sich gerade das Video anguckt. Und dieses viel, viel, viel mehr, das, was du alles bist, erschafft gerade diese Realität, damit du diese Erfahrung machen kannst. Dieses Video anzugucken und dich vielleicht daran erinnern und dich vielleicht darüber daran zu erinnern. Deswegen vielleicht der Sinn, warum du dieses Video gerade anguckst. Warum ich es vielleicht gedreht habe. Nämlich für dich, für uns alle vielleicht, dass wir uns alle daran erinnern. Dass wir Schöpfer sind von dem, was wir erleben. Auch wenn uns das nicht immer so einleuchtet vielleicht, wenn wir im kleinen Menschen nicht feststecken. Oder wenn es mal ganz schlimm ist und ganz leidvoll. Gerade dann ist es schwierig. Es gibt nicht den Sinn. Also wähl dir einen aus. Such dir die Perspektive aus. Aus welcher Perspektive du dich im Rahmen eines Kontextes betrachtest. Dich mit einer Fähigkeit. Dich mit deiner Persönlichkeit. Oder wie auch immer. Mit deiner einzigartigen Geschichte. Mit dem, der du einfach bist. Spielt am Ende keine Rolle. Und wenn du tatsächlich der Schöpfer deines Lebens bist, dann ist das der Sinn. Schöpfer zu sein. Und wenn du wirklich der vollkommene, der große, ganze Schöpfer von deinem ganzen Leben bist. Von all deiner Erfahrung. Von allem, was da ist, was du wahrnehmen kannst. Wenn du das alles für dich selbst geschaffen hast. Und das zu erleben, wie das ist. Wenn man im Selbstgeschaffenen irgendwas drin sitzt. Und das vergessen hat, um diese Erfahrung zu machen. Dann kann man sagen, ist das der Sinn. Schöpfer zu sein. Und vielleicht, das ist ja die Aufgabe von diesem Menschen-Ich, was sich gerade dieses Video anguckt. Das zu erkennen. Vielleicht. Ist ja ein spirituelles Gedankenexperiment. Aber vielleicht, wenn du damit meditierst, mit diesem Gedanken. Ah ja, alles, was ich sehe, ist eine Selbstkreation. Sogar Menschen, die irgendwie auftauchen. Oder andere Lebewesen. Habe ich in dem Fall selbst produziert, sozusagen. Damit ich dem die Erfahrung machen kann. Ich weiß, jetzt denkt der Verstand. Ja, Moment mal. Das sind das ja alle Sklaven von mir oder Diener. Dann kann ich dir beeinflussen. Dies und das. Ja, aber wenn wir von einer Multidimensionalität ausgehen. Dann haben wir eben nicht nur 3D und Raumzeit. Sondern dann sieht es anders aus. Und da ist sowas möglich. Das heißt, jeder spielt für jeden. Irgendwo, wenn jemand das braucht, ein Schauspieler. Dann ist man hier und da eine Projektion für jemanden, damit der was lernen kann. Aber der Teil, der gerade den Schöpferanteil spielt, sozusagen, der ist der hier jetzt, der das erlebt. Und der kann sich den Sinn im Prinzip frei auswählen. Du kannst sagen, Sinn meines Lebens ist, mich mit meinem Bewusstsein zu beschäftigen, mich daran zu erinnern, wer ich eigentlich bin, was ich alles noch bin, wer ich noch bin. Wenn ich nicht diese Persönlichkeit hier verkörpere, in diesem Gewand, der sich gerade das Video anguckt. Oder dass du sagst, ja, Sinn ist, dass ich eine bestimmte Aufgabe erfülle. Das ist selbst ausgewählt. Das heißt, du kannst dir selbst Aufgaben stellen und sagen, so, das ist jetzt mein Sinn. Mein Sinn ist, da zu helfen. Mein Sinn ist, hier was zu erschaffen. Mein Sinn ist, zum Beispiel, mich damit zu beschäftigen, den weltbesten Cocktail zu mixen. Was weiß ich was. Ist doch, ist eigentlich völlig egal. Du bist du selber. Selber der Schöpfer. Und wenn das Problem ist, wenn man hinterher rennt und überlegt, so, ja, aber was könnte mein Sinn sein? Bevor ich meinen Leben Sinn nicht kenne, kann ich nichts machen, dann hat man eben, da ist man in dem Fall eben nicht Schöpfer. Das heißt, man möchte nicht anerkennen, dass man sich das selber aussucht und dann rennt man immer irgendwas hinterher. Und bis man geschnallt hat, dass man selber sich das aussuchen kann, wird man da immer irgendwie deprimiert sein oder, ja, so. Aber stell dir vor, du bist der Schöpfer und kannst dir selber einen Sinn deines Lebens aussuchen. Oder verschiedene Sinne. Je nachdem, wo du bist. Es gibt nicht den Sinn des Lebens. Such dir einen aus. Das ist ein Gedankenexperiment. Denk mal drüber nach. Wenn dir das geholfen hat oder inspiriert hat, dann drück gern auf Daumen nach oben und dann vielleicht bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Das ist schön. Untertitelung des ZDF, 2020